Neuere deutsche Literaturgeschichte online Das sich als Verfremdung durch Verzerrung bezeichnen lässt Jede Darstellung bleibt vordergründig, gegenständlich, realistisch Ist aber umso mehr ins Extrem getrieben oder besser gesagt gegen den Strich gebürstet Für die Malerei hat Wassily Kandinsky erläutert Warum es einem modernen Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr möglich sein soll, naturgetreu abzubilden Rotes Pferd Schon der Klang dieser Worte versetzt uns in eine andere Atmosphäre Um sinnlich noch wirksam zu sein Das heißt, um weiterhin starke ästhetische Reize auszuüben Muss ein Maler demzufolge der Wirklichkeit entgegenarbeiten und beispielsweise, wie Franz Marc etwa, blaue Pferde zeigen Eben aus dem Grund nämlich, dass wirkliche Pferde auf keinen Fall blau sind und auch nicht rot wie bei Kandinsky Kandinsky weist aber zugleich darauf hin, dass es nicht genügt, in irgendeiner Weise vom Tatsächlichen abzuweichen Das Unnatürliche in der Kunst muss vielmehr selbst wiederum einen in sich sinnvollen, plausiblen Zusammenhang bilden Wenn es nicht bloß falsch sein will, sondern ästhetisch schlüssig Es müssen also Korrespondenzen deutlich werden, damit sich daran die künstlerische Formung zeigt Die naturelle Unmöglichkeit eines roten Pferdes verlangt unbedingt ein ebenso unnaturelles Milieu, in welches dieses Pferd gestellt wird Wo Pferde blau oder rot sind, da darf das Gras also nicht mehr grün sein Auf die Literatur übertragen heißt das nun, dass alle Poesie strikt darauf zu achten hat Dass der Text nicht mit der alltäglichen Sprache zu verwechseln ist Dass er lexikalisch, syntaktisch oder sonst wie entschieden von der Normalsprache abweicht Sich selbst also als eigenständiger Bereich des Ästhetischen markiert Eben das lässt sich in den Gedichten und Dramen, aber auch in der Prosa des Expressionismus überall gut Wenngleich mit unterschiedlichen Mitteln beobachten Als Beginn des literarischen Expressionismus gilt nach wie vor Jakob van Houdes Gedicht Weltende Am 11. Januar 1911 in der Zeitschrift Der Demokrat erschien Und sofort als Bruch mit allen literarischen Konventionen verstanden Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut In allen Lüften heilt es wie Geschrei Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei Und an den Küsten liest man, steigt die Flut Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken Die meisten Menschen haben einen Schnupfen Die Eisenbahnen fallen von den Brücken Diese zwei Vierzeiler Einigermaßen brav gereimt und metrisch bieder Haben es dennoch in sich Äußerlich beziehen sie sich auf das Erscheinen des Hallerischen Kometen 1910 Und parodieren damit vielleicht verbundene Ängste Von einem wirklichen Weltende ist trotzdem nicht die Rede Aber die traditionelle Dichtung geht hier allemal zugrunde Weil das Gedicht sich der formalen Ordnung ebenso entzieht wie der motivischen Weist die erste Strophe einen umarmenden Reim auf So findet sich in der zweiten der Kreuzreim Und bestenfalls ist es das Sturmmotiv, das die acht Verse inhaltlich zusammenhält Dass abstürzende Dachdecker entzweigehen und wilde Meere hupfen Das mag nach Kindersprache klingen Ist semantisch aber allemal bewusst falsch Gewiss aber hat man von Arbeitsunfällen, Sturmfluten und Eisenbahnkatastrophen Oft schon in Zeitungen lesen können Und erst recht ist es gut möglich Dass Jakob van Hortes hier an Theodor Fontanes einschlägige Ballade Die Brücke am Thay von 1879 gedacht hat Als anti-bourgeoise Karikatur erweist sich sein Weltende aber vor allem in der ersten Zeile Die als Echo auf einem beliebten Vers zu verstehen ist Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut Das reagiert auf Der Hut flog mir vom Kopfe Eine Zeile in Willem Müllers der Lindenbaum Franz Schubert hat das in die Winterreise vertont Und unter dem Titel Am Brunnen vor dem Tore Ist es durch Friedrich Silcher Zu einem Hauptlied aller Männergesangsvereine gemacht worden Mit sprachlich ähnlichen Mitteln Aber ohne die entsprechende Satire auf Bürgerlichkeit Funktioniert Alfred Lichtensteins Die Dämmerung Zwei Monate nach van Hortes Weltende In der expressionistischen Zeitschrift Der Sturm veröffentlicht Wenn hier ein dicker Junge mit einem Teich spielt Statt an einem Oder ein Kinderwagen schreit Nicht aber das darin zu vermutende Kind Dann sind das evidente Metonymien Schiefe Formulierungen Die die konventionalisierten Wendungen Auf gar nicht so unplausible Weise verdrehen Und als Verfremdungseffekte Für neue Aufmerksamkeit sorgen Das heißt sensibilisieren Lassen sich diese Sprachexperimente Eines van Hortes oder Lichtenstein In ihrer äußerlichen Gestalt Mit Strophen Metrisch geregelt und gereimt Noch immer leicht als Poesie erkennen So weichen die 1912 veröffentlichten Gedichte Des jungen Gottfried Benn Bei weitem Radikaler von gewöhnlicher Dichtung ab Seine Sammlung Morg Weiß kaum mehr etwas von lyrischem Gleichmaß In Versform und Reim Nicht weniger verstößt die Sammlung Gegen die thematischen Konventionen Indem sie mit Krankheit und Tod Medizinischem Vokabular Und strikten Nihilismus Jeglichen guten Geschmack prüskiert Als Ästhetik der Hässlichkeit Zweifellos von der französischen Moderne Im Gefolge Charles Baudelaire's und Arthur Rambaud's geprägt Gewinnt sie ihre Effekte zuallererst Aus der Provokation gutbürgerlicher Gewohnheiten Mehr als bei Van Hordes oder Lichtenstein Macht sich bei Gottfried Benn Der Einfluss der sogenannten Arnegr Der Negerkunst geltend Die bald nach 1900 Vor allem in Paris Die jungen Maler und Bildhauer Ebenso wie deren Publikum Mit ganz neuen, anderen Ausdrucksweisen konfrontierte Im deutschen Bereich ist Die Kunst Schwarzafrikas Namentlich durch Karl Einsteins Dokumentation Von 1915 bekannt geworden Negerplastik Es lohnt sich, an derlei Primitive Gestaltungen zu denken Wenn es um die Literatur des Expressionismus geht Und erst recht lohnt es sich An die davon beeinflussten Innovationen In der Malerei der frühen Moderne zu denken Namentlich an den Kubismus eines Pablo Picasso Oder Georges Braque Zurück aber Zur expressionistischen Dichtung In deutscher Sprache Gottfried Benz Die Buchsammlung Morg bezieht sich auf das gleichnamige Pariser Leichenschauhaus Nahe der Kathedrale Notre-Dame gelegen Wo noch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts unbekannte Tote ausgestellt wurden Um von Besuchern eventuell identifiziert zu werden Die Reihe der wenigen Morg-Gedichte 1912 ästhetisch-technisch hochwertig veröffentlicht Wird von Kleine Aster eröffnet Einer soffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestimmt Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhell-lila Aster Zwischen die Zähne geklemmt Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt Muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn Ich packte sie ihm in die Bauchhöhle Zwischen die Holzwolle, als man zunähte Trinke dich satt in deiner Vase Ruhe sanft, kleine Aster Von herkömmlicher Lyrik ist hier nichts mehr zu spüren Keine Gliederungen, Strophen, keine metrische Regelmäßigkeit Und selbst die beiden Reime sind in ihrer Beiläufigkeit wie versehentlich eingefügt Sie parodieren die Gedichtkonvention Reim So sehr es also an äußerlicher Ordnung fehlt So sehr weist das Gedicht doch inhaltlich semantische Korrespondenzen auf Da es durchgehend um Flüssigkeiten Beziehungsweise um die zum Trinken erforderlichen Organe geht Es kommt aber noch etwas hinzu Dass die medizinisch eher abstruse Schilderung einer Leichensektion Erst wirklich zu einem vollgültigen Kunstwerk macht Die Wasserleiche eines Bierfahrers Der also ein ausgesprochen stämmiger, derber Mann gewesen sein muss Steht ihrer abstoßenden Hässlichkeit wegen Im maximalen Gegensatz zu dem Was um 1900 als schön gegolten hat Die weibliche Wasserleiche Wie man sie namentlich von John Everett Millays Berühmter Darstellung der Ophelia aus Shakespeare's Hamlet herkannte Auch in der zeitgenössischen Lyrik ist diese Selbstmörderin Ein populäres Motiv gewesen Bei Rimbaud, bei Rilke und bei Georg Heim Als drastisch realistischer Gegenentwurf zum beschönigten Ophelia-Ideal Bedient Bens ersoffener Bierfahrer insofern eine Schockästhetik Die dem Hässlichen unverbrauchte Effekte abgewinnen will Und letztlich nur auf die Spitze treibt Was schon die Frühromantik unter dem Stichwort des Interessanten Gegen das klassizistische Konzept des schönen Ideals ausgespielt hat Einen anderen, aber ebenso drastischen Bezug Zur hohen Kunst- bzw. Literaturgeschichte Weist ein weiteres Gedicht aus Bens Morg-Sammlung auf Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke Das ist eine einerseits sachlich illusionslose Andererseits sprachlich überhöhte Darstellung Der freilich grausigen Zustände Wie sie in einer der damals hochmodern Ausgesprochen fortschrittlich organisierten Krebsbaracken Der Berliner Charité geherrscht haben Auffällig ist daran zum einen Dass man es offenbar mit einer Frauenstation zu tun hat Und eben diejenigen Körperpartien Im fortgeschrittenen Verfall angesprochen werden Die im gesunden Zustand die weibliche Sexualität ausmachen Zum anderen gilt es zu beachten Dass ein Mann zu einer Frau spricht Um an terminalen Krankheiten Die Vergänglichkeit erotischer Reize bewusst zu machen Damit verweist Bens Krebsgedicht In kruder Realistik auf die galante Lyrik Des 17. Jahrhunderts zurück Wo prominent etwa in Hoffmannswaldau's Vergänglichkeit der Schönheit Ein männlich konnotierter Sprecher Einer Frau vor Augen führt Dass ihre körperliche Pracht keinen Bestand haben wird Ben aktualisiert damit das Schema Der petrakistischen Lyrik der Barockzeit Und er weist sich daran als Manierist Unter den Bedingungen der Moderne Der ästhetische Sinn seines Gedichts Erschließt sich erst dann voll Wenn man es auf die Motivtradition bezieht Und die ästhetische Radikalität ernst nimmt Die hier zugrunde liegt Überhaupt gilt es Sich im Zusammenhang mit dem Expressionismus Vor vorschnellen Rückschlüssen In moralisierender Absicht zu hüten So ist etwa Ludwig Meidners Vielfach variierte Darstellung Einer apokalyptischen Stadt Keinesfalls als Vorahnung der Gräuel Des Ersten oder gar Zweiten Weltkriegs Vielmehr geht es bei dem Was uns heute als Illustration Eines Feuersturms im Luftkrieg erscheinen muss Um etwas ganz anderes Um die Illustration von Vitalität Intensität, Kraft Georg Heims' Gedicht Der Gott der Stadt von 1910 Leistet mit sprachlichen Mitteln Das gleiche wie Ludwig Meidner als Maler Auch in Deutschland sind jedenfalls Die gleichen ästhetischen Innovationen Zu beobachten, die der Italiener Filippo Tommaso Marinetti Unter dem Schlagwort Futurismus Zur Geltung gebracht hat Alle Künste sollen einer radikalen Modernisierung unterworfen werden Strikte Gegenwärtigkeit Anstelle der gewohnten Verehrung Des Vergangenen Marinetti hat sein Konzept Mit europaweiter Wirkung Am 20. Februar 1909 In der französischen Tageszeitung Le Figaro Als Manifest du Futurisme propagiert Mutmaßlich nicht ganz ohne Ironie Auch wenn Marinetti Mit einigen Gefolgsleuten Später eine unzweifelhaft fatale Rolle Beim Entstehen des italienischen Faschismus gespielt hat Was den Futurismus ausmacht Das zeigt am besten die Negation Der antiken Schönheitsideale Für die in Frankreich Ganz besonders die Siegesgöttin Nike von Samutrake steht Die seit dem späten 19. Jahrhundert Im Louvre zu bewundern ist Ein röhrendes Automobil Das wie auf Geschossen zu laufen scheint Ist schöner als die Nike von Samutrake Im Laufe der 20er Jahre Wird sich diese Exaltiertheit Freilich wieder beruhigen Und einer neuen Sachlichkeit Platz machen Die daher in der nächsten und letzten Folge Von Neuere Deutsche Literaturgeschichte Online im Zentrum steht Und einer neuen Sachlichkeit